Ich finde, dass wir gut gespielt haben. Wir waren vor allem offensiv sehr stark. Wir haben unsere Chancen leider nicht alle genutzt, aber ein paar waren schon drin. Das war super. Und ja, defensiv hatten wir ein bisschen Pech, dass da so ein paar hohe, lange Bälle irgendwie durchgerutscht sind. Das müssen wir für das nächste Spiel abstellen. Aber offensiv war es top, sah gut aus. Ja, am Anfang klar, Aufregung pur, so ein großes Spiel. Jeder möchte. So viele Zuschauer, Familie, Freunde sind da. Wir hätten natürlich am Anfang ein bisschen mehr Gas geben können. Wir haben aber trotzdem versucht, gekämpft. Wir alle haben gekämpft. Ja, leider hat es nicht ganz gereicht, aber wir sind trotzdem glücklich. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt total auf das Spiel gegen den HTB fokussieren, konzentrieren, im Training alles geben. Ja, und ansonsten werden wir vor allem in der Defensive wahrscheinlich noch mal üben, wie wir da mit hohen Bällen umgehen und in der Offensive natürlich ganz klar Torabschluss. Klar, Dienstag, Donnerstag Training, wo noch mal alle Mails kommen. Schön, ja, eigentlich alles noch mal üben, von Kleinigkeiten bis auf größere Sachen. Ja, und wir hoffen, dass es dann am Wochenende klappt. Ja, und wir sind dabei.